Na? Ach, nie kann man hier irgendwas fertig machen, ne? Das sieht doch lecker aus. Stärk aus. Nur ein Ding, dann muss man wohl weiterfahren und jagen. Das wird auch wesentlich einfacher, wenn man dann das erste Schiff mit Miniguns drauf hat. Wo seid ihr hingefahren, äh, hingefahren? Da? Die kann man zur Not auch essen, aber ich würde eigentlich lieber Fleisch. So. Mann ey. Darf ich jetzt aussteigen? Danke. So, komm mal her. Sehr gut. Ich glaube, ich muss mir aber so ein, so ein Hotdog-Ding hier geben. Bevor ich weiter gehe. Weil sonst komme ich hier nirgendwo an. So. Auf die drei und... Zack. Damit habe ich zumindest ein bisschen was... An Hunger zurückgewonnen. So. Mach mal hier aus die Kiste. So. Die machen immer noch so Geräusche, als ob die noch leben würden. Das lasse ich liegen, weil... Das ist giftig. Oder das gibt einem eine Essensvergiftung. Nahrungsvergiftung. Nein. Bleib stehen. Ja. So, damit sollte ich genug Essen zusammen haben. Erstmal für ein paar Beefies. So. Huiiii. Ach du Scheiße. Die nehme ich auch noch mit hier. Du kannst weiter leben. Vermehr dich, dass ich dich später essen kann. Sehr schön. So, ab nach Hause. So. Steig aus. Ich bin das Gegenteil vom Sidolid. Steig aus. Ja komm, mach erst mal 5 nur, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So. Dann kannst du mal... So, hier vorne was machen. Ist ja egal wie viele. Ich werde das dann eh abbrechen, wenn ich nicht so weit bin. Hier so. So. Eine esse ich noch. Ach nö. Na gut. Dann bleibt das Schiff halt auf der Höhe. So. 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 Und hier kommt noch eine... Von vorne. Hm. Ich glaube das mache ich so. So. so in die Richtung ach man ey nicht schon wieder was brauch ich denn noch hier drin sowas ach ne so das ist die frage wie mache ich das am besten ich glaube ich glaube so was brauche ich denn noch die beiden kommen außen dran hm so mein jetziges problem ist hoch und runter weil ich bin versucht das so und so zu machen aber glaube ich halte mich jetzt hierher an die so so jetzt habe ich drei nach hinten noch übrig und das ist jetzt aber die frage wie ich das am besten ich glaube ich mache das so ich glaube ich mache das so das ist echt kompakt geworden jetzt hier wie viel wiegt denn die kiste 13 tonnen ich glaube das ding wird jetzt echt funktionen über funktionen über schönheit das war nicht richtig so 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 was? So in die Richtung, oder? Wobei ich wollte das eigentlich jetzt nicht unbedingt so platt haben da vorne. Das hier vielleicht. Ja, das passt nicht, ne? Pfff, wie könnte das denn am besten gehen hier? Na, ist ja eigentlich auch erstmal egal. Fliegen tut es schon mal. Drehen tut es auch, wie ich es haben will. Schieben tut es auch. Sehr schön. Ja, das ist ja eigentlich auch, wie es ist, 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 wie es ist. Ja, das ist ja eigentlich auch, wie es ist, 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 wie es ist.